Okay, Jungs, wir spielen heute ein paar Runden Skywars mit dem lieben Zeitschrift. Moin! Okay, Leute, da sind wir schon in der ersten Runde auf der Map Planks. Gehen wir in die Mitte. Brauch mal, dass bitte noch keiner rüberkommt. Hahaha! Hast du einen? Ja. Mach gut, oder? Warte, die wär grad gekommen, Digga, die wär grad gekommen. Ich bleib oben, ich muss ja safe. Der hat drei bekommen. Ist tot, nice. Ah, nein, ich hab's im Kopf gewappt, wenn man hinten kann. Ich seh's, ich seh's, ich kann nicht, ich konnte aber nicht, ich konnte nicht. Ja, hast du hitten? Ich bin fast dead gewesen. Ich kann nicht, der hack, der hack, der hack, no joke, der Drange. Ist ein Band. Drange hat so einen fetten Hitser vorgegeben. Hab den einen, denke ich mal. Ja, nice, der IP, der IP, pass auf, nicht rein geht. Der IP kommt nicht gut, er ist gut. Hey, warte, ich baue hier einfach was Holz abgeklemmert. Hahaha! Ich hätt sogar sein Kopf grad gewappt was. Das war nicht mal absichtlich. Und er ist abgeklemmt. Lian, ich hätt sogar sein Kopf grad gewappt gehabt. Wenn er nach vorne gelaufen, wenn er sich sein Kopf gewappt hat. Wenn er nach hinten lauf hat, dann ist es blieb. Und er ist einfach abgeklemmt. RDP, RDP. Warte, Lian, dafür bekommst du, dafür bekommst du ein Schild. Wo geht mir wohl der hinfall? Ja, Lian. Hier. Dankeschön. Ich bin mir jetzt einfach abgeklemmt, Alter. Ja, das ist ein weiter Punkt. Ja, GG. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Okay, Leute. Da sind wir schon in der zweiten Runde. Auf Vacation. Rutschiff steht. Gut. Mischen wir uns da mal mit ein. So. Habe ich. Nice, nice, nice. Nein, alles über den. Ich bin direkt hinter dir. Bis gleich nicht mal laufen. Hey, ich glaub der ist 11k. Nein, da war mein. Aber ich hab keine Rot. Ups. Ui. Und er ist tot. Nice. Und das war's mit der Runde. Dann sehen wir uns gleich in der dritten Runde wieder. Bis gleich. Okay, Leute. Da sind wir auch schon wieder in der dritten Runde. Auf dem Neret. Okay. Baue ich mich mal wieder auf dem Außenring. Hast du gerade hinter mir gebaut? Ja, ich hab hinter dir gebaut. Ich komm mal zu dir. Räub dich. Ah, oder so. Besser ist das. Ja, und ich auch eine für den. Das war auch Räub dich einfach am besten. Achtung, ja. Du auch am besten. Nice. Was? Als Runde. Okay, Leute. Dann sind wir in der vierten Runde. Auf der Map Afrika. Bruder, muss los. Ja. Er braucht Soße. Das kommt rein. Ey, ja. Dann blende ich Soße ein, Junge. Bruder? Du wirst so'n Bruder einblenden. Du weißt das, wie meinst du denn sonst? So. Bruder. Pass auf. Ich glaub das. Wie doch. Achtung. Der rift doch gleich Save Rod oder du. Irgendwer halt. Nein! Der hätt fast noch getroffen. Komm von hinten dazu. Junge, ich hab nur noch Partikel auf ihn bekommen. Aber egal. Das war's mit der vierten Runde. Dann sehen wir uns gleich in der nächsten. Okay, Leute. Auch schon angekommen in der nächsten Runde. Nämlich auf Mehrheit. Rennen einfach weiter, Clemens. Rennen. Ja, ich hab sogar Pelion. Ja, ich hab auch noch einer. Aber trotzdem. Einer ist tot. Ich geh kurz rein. Wenn ich den mit der Axt hole, alter. Dann hol ich den mit der Axt ab. Ja, was? Ja, renn. Kannst du renn? Warte, ich web ihn. Ich web ihn. Warte! Nein! Hauf! Haha! Haha! Joel, was für ein Ten. Hey, die Kombu war anders, nals. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Okay, Leute. Da sind wir ja schon in der sechsten Runde auf Barida. Gehen wir ab in die Mitte. Kannst du es dir schneiden am besten und nimm uns rein. Ja, sorry. Gut, gut. Mein Mate hatte keine Ding. Nice, den haben wir hops genommen, Leute. Noch der nächste direkt hinterher. Ja. Die Jungs, den haben wir auch. Zweiter Killer. Er ist da. Er hat Match gepostet. Er hat Match gepostet. Er hat Match gepostet. Ja, renn, renn, renn. Ich hab auch so aufgebaut. Ah, pass auf. Ja, ich hab als Loanis ein Weakness bekommen von ihm. Ja. Ja, geht gut. Ja, dann haben wir extra. Ah Gott. Ja. Achtung. Er dürfte kein Match mehr haben, oder? Ich weiß nicht. Ich hab mal Wurzel unten gefläßt. Doch, er hat noch Match, er hat noch Match, er hat noch Match. Ja, komm runter. Und es hat mies geliked grad bei mir. Ich auch. Ja, lass hoch. Ja. Ja. Das war's auch mit der sechsten Runde, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Okay, Leute, auch schon angekommen in der nächsten Runde auf Labyrinth. Nein. Nein. Achtung, da ist einer. Wapp. Okay, unsichtbarer, 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 irgendwo unsichtbarer. Wapp noch an? Irgendwo unsichtbarer. Da ist er grad lang gelaufen. Ja, er ist drunter, glaub ich. Ich hab ein paar Sorgen, Wurzel. Wir haben hier mal die Diabu. Wir haben hier die Diabu. Jetzt. Ich nehm die Verfolgungsjagt auch. Warte. Ja. Komm mit. Hast ihn? Weiß ich nicht. Ah, place water, place water. Hab keins mehr. Auf der anderen Seite meinen. Ah, safety. Er hat sich gesehen. Schade. Ja, ist tot, ja. Nice. Tschüssi. Schöne Runde. Vielen Dank.